Am anderen Ende des Zimmers standen ein paar lange Tische, die unter, nach der letzten Zählung, sechs Macintosh-Computern begraben waren. In der Mitte stand der Mac II. Auf dessen Bildschirm drehte sich eine rote Gittergrafik seines Sofas langsam in einer blauen Gittergrafik seines engen Treppenhauses, komplett mit Treppengeländer, Heizkörpersicherungskasten und natürlich der blöden Windung auf der halben Treppe. Das Sofa begann, sich in eine Richtung zu drehen, stieß gegen ein Hindernis, kantete sich in eine andere Ebene, stieß wieder gegen ein Hindernis, drehte sich um eine dritte Achse, bis es wieder gestoppt wurde, und dann machte es die Schritte in einer anderen Reihenfolge von neuem durch. Man musste den Ablauf nicht sehr lange beobachten, um zu sehen, dass er sich wiederholte. Das Sofa saß eindeutig fest. Drei weitere Macs waren über lange Kabelgewirre mit einer rubbigen Ansammlung von Synthesisern verbunden, einem Emulator II plus HD-Sampler, einem Gerüst mit TX-Modulen, einem Prophet VS, einem Roland JX-10, einem Cork DW-8000, einem Octapad, einem linkshändigen Syntex-Midi-Gitarrenregler und sogar mit einem alten Drumcomputer, der in der Ecke aufgestapelt war und Staub ansammelte. Ziemlich viel Krempel. Es stand da auch ein kaum benutzter Kassettenrekorder. Die ganze Musik wurde statt auf Band in den Computern auf Sequenzdateien gespeichert. Er ließ sich auf einem Sessel vor einem der Macs plumpsen, um zu sehen, was der, wenn überhaupt, machte. Er zeigte ein unbetiteltes Excel-Kalkulationsschema und er fragte sich, warum. Er speicherte es weg und sah mal nach, ob er sich selber irgendwelche Notizen hinterlassen hatte, wobei er schnell dahinter kam, dass das Kalkulationsschema ein paar von den Daten enthielt, die er früher abgelegt hatte, nachdem er die Online-Datenbanken World Reporter und Knowledge nach Fakten über Schwalben abgesucht hatte. Er verfügte jetzt über Zahlen, die ihr Wanderverhalten, ihre Flügelformen, ihre aerodynamischen Eigenschaften im Profil und bei Turbulenzen detailliert bezifferten. Dazu irgendwelche rudimentären Angaben über die Muster, die ein Schwarm im Flug bilden konnte. Aber bis jetzt hatte er nur die allerwageste Vorstellung davon, wie er sie alle zusammen elektronisch zu Musik machen sollte. Weil er heute Abend viel zu müde war, um besonders schöpferisch zu denken, suchte er sich aus dem Kalkulationsschema willkürlich einen ganzen Schwung Zahlen heraus, kopierte sie, stopfte sie in sein eigenes Umwandlungsprogramm, das die Zahlen nach seinen eigenen experimentellen Algorithmen aufteilte, filterte und manipulierte, fütterte die umgewandelte Datei in Performa, ein starkes Sequenzprogramm, ein und überspielte das Ergebnis durch beliebige MIDI-Kanäle zu allen Synthesisern, die im Moment zufällig angeschaltet waren. Das Resultat war ein kurzer Ausbruch scheußlichster Kakophonien, und er stoppte das Ganze. Er ließ das Umwandlungsprogramm noch mal durchlaufen, aber diesmal wies er es an, die Tonwerte nach G-Dur-Zwangs zu projizieren. Das war ein Kniff, auf den er am Ende unbedingt verzichten wollte, weil er ihn für einen Schwindel hielt. Falls es irgendeine Grundlage für seinen unerschütterlichen Glauben gab, dass die Rhythmen und Harmonien der Musik, die für ihn höchst befriedigend waren, in den Rhythmen und Harmonien natürlicher Phänomene gefunden oder zumindest aus ihnen abgeleitet werden konnten, dann sollten sich befriedigende Ausführungs- und Intonationsformen auch natürlich ergeben und nicht erzwungen werden müssen. Im Moment erzwang er sie aber. Das Ergebnis war ein kurzer Ausbruch scheußlichster Kakophonien in G-Dur. So viel zu willkürlichen Abkürzungen. Die erste Aufgabe war relativ leicht und bestünde darin, einfach die Wellenform aufzuzeichnen, die von der Flügelspitze einer fliegenden Schwalbe beschrieben wird, und diese Wellenform dann in die Synthesizer einzugeben. Auf die Weise käme er zu einem einzigen Ton, das ein guter Anfang wäre, und länger als das Wochenende sollte er dafür nicht brauchen. Es sei denn natürlich, dass er kein Wochenende dafür zur Verfügung hätte, weil er irgendwie und irgendwann im Laufe des nächsten Jahres oder Monats, wie Gordon das immer nannte, die Version 2 von Anthem vom Tisch kriegen musste. Was Richard unausweichlich auf das Dritte brachte, weswegen er zitterte, es bestand absolut keine Möglichkeit, sich dieses oder das nächste Wochenende freizunehmen, um das Versprechen zu erfüllen, dass er Susans Anrufbeantworter gegeben hatte. Und das würde, wenn es das Debakel dieses Abends nicht schon getan hatte, das unwiderrufliche Ende bedeuten. Aber so war's. Die Sache war passiert. Man kann mit einer Mitteilung auf dem Anrufbeantworter von jemand anderem nichts weiter tun, als den Dingen ihren Lauf zu lassen. Es war passiert. Es war nicht ungeschehen zu machen. Ein komischer Gedanke schoss ihm plötzlich durch den Kopf. Er überrumpelte ihn ziemlich, aber er konnte wirklich nicht erkennen, was falsch dran war. Ein Fernglas sucht die nächtliche Londoner Silhouette ab. Träge, neugierig, schnüffelnd. Ein kurzer Blick dahin, ein Blick dorthin, einfach um nachzusehen, was geschieht. Irgendetwas Interessantes? Irgendetwas Nützliches? Das Fernglas konzentriert sich, von einer leichten Bewegung angelockt, auf die Rückseite eines einzelnen Hauses. Eine dieser großen spätviktorianischen Villen, jetzt wahrscheinlich Etagenwohnungen. Jede Menge schwarze, eiserne Abflussrohre, Mülltonnen aus grünem Plastik, aber dunkel. Nein, nichts. Das Fernglas wandert gerade weiter, als es wieder eine leichte Bewegung im Mondlicht wahrnimmt. Das Fernglas stellt sich ein ganz klein wenig schärfer und versucht, ein Detail zu finden, eine scharfe Kante, einen leichten Kontrast in der Dunkelheit. Der Nebel hat sich mittlerweile gelichtet und die Dunkelheit glitzert. Das Glas stellt sich noch ein kleines, kleines bisschen schärfer. Da ist es. Irgendetwas zweifellos. Diesmal nur etwas höher. Vielleicht einen halben, vielleicht einen Meter. Das Fernglas konzentriert sich auf den Punkt und entspannt sich. Ruhig sucht es nach dem scharfen Rand, sucht es nach dem Detail. Da. Das Fernglas konzentriert sich wieder. Es hat sein Orientierungszeichen gefunden, das breitbeinig zwischen einem Fensterbrett und einem Abflussrohre hängt. Es ist eine dunkle Gestalt, die flach gegen die Wand gepresst nach unten blickt und nach einem neuen Halt für den Fuß sucht, nach oben blickt, um nach einem Sims zu suchen. Das Fernglas späht aufmerksam. Die Gestalt gehört einem großen, schlanken Mann. Seine Kleidung ist der Unternehmung angemessen, dunkle Hose, dunkler Pullover, aber seine Bewegungen sind ungeschickt und eckig, nervös. Interessant. Das Fernglas wartet und überlegt. Überlegt und bildet sich ein Urteil. Der Mann ist deutlich ein blutiger Laie. Sieh dir sein Gefummel an. Sieh dir seine Ungeschicktheit an. Seine Füße rutschen auf dem Abflussrohr aus, seine Hände erreichen nicht das Sims, beinahe fällt er, er wartet und schöpft Atem. Ein Moment lang klettert er wieder nach unten, scheint das aber noch schwieriger zu finden. Er angelt wieder nach dem Sims und diesmal erreicht er es. Sein Fuß schnellt hervor, um einen Halt zu finden und verfehlt das Rohr beinahe. Hätte sehr eklig werden können, wirklich sehr eklig. Doch jetzt ist der Weg einfacher und der Mann kommt besser voran. Er steigt auf ein anderes Rohr hinüber, erreicht ein Fenster Sims im dritten Stock, flirtet kurz mit dem Tod, als er mühsam auf es zukriecht und macht den Kardinalfehler und blickt nach unten. Er schwankt kurz und lehnt sich benommen zurück. Er schirmt die Augen ab und späht ins Fenster, um zu kontrollieren, ob das Zimmer dunkel ist. Dann macht er sich daran, das Fenster zu öffnen. Eines der Dinge, in denen der Laie sich vom Profi unterscheidet, ist, dass dies der Augenblick ist, wo der Laie denkt, es wäre eine gute Idee gewesen, wenn er was mitgebracht hätte, womit er das Fenster aufbrechen könnte. Zum Glück für diesen Laien ist der Wohnungsinhaber ebenfalls ein Laie und das Schiebefenster gleitet widerstrebend auf. Der Kletterer kriecht ziemlich erleichtert hinein. Er sollte zu seiner eigenen Sicherheit eingelocht werden, denkt das Fernblas. Eine Hand streckt sich nach dem Telefon aus. An dem Fenster blickt ein Gesicht noch mal nach draußen und wird einen Moment lang vom Mondlicht erfasst. Dann taucht es wieder nach drinnen, um in seiner Beschäftigung fortzufahren. Die Hand schwebt ein, zwei Momente lang über dem Telefon, während das Fernblas wartet und überlegt. Überlegt und sich ein Urteil bildet. Doch dann greift die Hand nach dem Londoner Straßenplan von A bis Z. Es tritt eine lange, geschäftige Pause ein, dann noch ein bisschen gespannte Arbeit für das Fernblas und schließlich greift die Hand wieder nach dem Telefon, hebt ab und wählt. Susans Wohnung war klein, aber geräumig. Was ein Trick war, überlegte Richard angespannt, als sie das Licht anknipste, den nur Frauen zu Wege brachten. Es war natürlich nicht diese Beobachtung, die ihn so anspannte, den Gedanken hatte er schon viele Male vorher gehabt. Eigentlich jedes Mal, wenn er in ihrer Wohnung gewesen war. Er staunte jedes Mal darüber, normalerweise, weil er gerade aus seiner eigenen Wohnung kam, die viermal so groß und lausig eng war. Er war gerade aus seiner eigenen Wohnung gekommen, nur auf einem ziemlich ungewöhnlichen Weg, und genau das war es, was seine übliche Beobachtung ungewöhnlich anspannte. Trotz der Nachtkühle schwitzte er. Er sah noch mal aus dem Fenster, drehte sich um und schlich auf zehn Spitzen durch das Zimmer auf die Stelle zu, wo das Telefon und der Anrufbeantworter auf ihrem eigenen kleinen Tischchen standen. Es gab keinen Grund, sagte er sich, auf zehn Spitzen zu schleichen. Susan war nicht da. Er wüßte nur wirklich allzu gern, wo sie war. Genau, genauso wie sie, sagte er sich, wahrscheinlich nur allzu gerne gewußt hätte, wo er am frühen Abend gewesen war. Er bemerkte, daß er immer noch auf zehn Spitzen ging. Er schlug sich aufs Bein, damit er damit aufhörte, machte es aber trotzdem weiter. Die Außenwand hochzuklettern war grauenhaft gewesen. Er wischte sich die Stirn mit dem Ärmel seines ältesten und schmutzigsten Pullovers. Es war ein ekelhafter Augenblick eingetreten, in dem sein Leben vor seinen Augen blitzartig vorbeigezogen war, aber er war viel zu sehr mit dem Runterfallen beschäftigt gewesen und hatte alle guten Stellen verpasst. Viele von den guten Stellen drehten sich um Susan, wurde ihm klar. Susan oder Computer. Niemals Susan und Computer. Das waren weitgehend die schlechten Stellen gewesen. Weshalb er ja hier war, sagte er sich. Er schien gutes Zureden nötig zu haben und sagte es sich noch mal. Er blickte auf seine Uhr. Elf Uhr fünfundvierzig. Ihm kam der Gedanke, dass er sich erst einmal die nassen, schmutzigen Hände waschen sollte, ehe er irgendetwas anfasste. Nicht wegen der Polizei, sondern wegen Susans entsetzlicher Reinemache, Frau. Die würde es merken. Er ging ins Bad, drehte am Lichtschalter, wischte ihn ab und starrte dann in dem hellen, neonbeleuchteten Spiegel in sein eigenes verdutztes Gesicht, während er sich Wasser über die Hände laufen ließ. Einen Augenblick lang dachte er an das flackernde, warme Kerzenlicht des Coleridge-Dinners und die Bilder davon stiegen aus der blassen, fernen Vergangenheit des frühen Abends auf. Da war das Leben noch einfach und sorglos gewesen. Der Wein, die Unterhaltung, einfache Zaubertricks. Er stellte sich Sarahs rundes, blasses Gesicht vor, die vor Erstaunen aufgerissenen Augen. Er wusch sich das Gesicht. Er dachte, »Gebt Acht, gebt Acht, sein glühend Auge, der Haare Pracht!« Er kämmte sich sein Haar. Er dachte auch an die Bilder, die hoch über ihren Köpfen im Dunkeln gehangen hatten. Er putzte sich die Zähne. Das leise Summen des Neonlichts holte ihn in die Gegenwart zurück und plötzlich fiel ihm mit Entsetzen wieder ein, dass er hier in seiner Eigenschaft als Einbrecher war. Etwas zwang ihn, sich im Spiegel direkt ins Gesicht zu sehen. Dann schüttelte er den Kopf, um ihn wieder klar zu bekommen. Wann würde Susan zurück sein? Das hinge natürlich davon ab, was sie tat. Er trocknete sich rasch die Hände und ging zurück zu dem Anrufbeantworter. Er drückte auf die Knöpfe und sein Gewissen drückte auf ihn zurück. Das Band spulte sich, wie es schien, eine Ewigkeit zurück. Und mit einem Schrecken wurde ihm klar, dass es wahrscheinlich daran lag, dass Gordon in voller Fahrt gewesen war. Er hatte natürlich nicht daran gedacht, dass außer seiner eigenen noch andere Mitteilungen auf dem Band wären und sich anderer Leute Telefonmitteilungen anzuhören, lief aufs selbe hinaus, wie ihre Post zu öffnen. Er hielt sich noch mal vor Augen, dass er nichts weiter versuchte, als einen Fehler auszubügeln, den er gemacht hatte, ehe er irgendeinen irreparablen Schaden anrichtete. Er würde nur die allerwinzigsten Stückchen anspielen, bis er seine eigene Stimme fände. Das wäre nicht allzu schlimm und er würde auch nicht hören können, was gesagt wurde. Innerlich knurrte er, knirschte mit den Zähnen und stach so heftig auf den Abspielknopf ein, dass er ihn verfehlte und aus Versehen die Kassette auswarf. Er legte sie wieder ein und drückte vorsichtiger auf den Abspielknopf. Piep! Oh, Susan, hi, hier ist Gordon, sagte der Anrufbeantworter. Eben auf dem Weg zum Landhaus. Es ist, äh... Er spulte ein paar Sekunden vor. Nur wissen, ob Richard an der Sache arbeitet. Ich meine, wirklich dran... Richard presste grimmig seinen Mund zusammen und drückte auf schnellen Vorlauf. Ihm war das wirklich zuwider, dass Gordon über Susan Druck auf ihn auszuüben versuchte, was Gordon immer entschieden abstritt. Richard konnte es Susan nicht übel nehmen, dass sie über seine Arbeit manchmal wütend wurde, wenn so was passierte. Klick. Geschossen steht. Leg bitte, Susan, einen Zettel hin, dass sie ein »Es wird sofort geschossen«-Schild besorgt, unten mit einem spitzen Eisendorn in der richtigen Länge dran, damit Kaninchen das Schild lesen können. Was? murmelte Richard leise vor sich hin und sein Finger zögerte einen Augenblick über der schnellen Vorlauftaste. Er hatte das Gefühl, Gordon wünsche sich verzweifelt, wie Howard Hughes zu sein. Und wenn er nicht hoffen konnte, jemals auch nur entfernt so reich zu werden, so konnte er doch zumindest versuchen, doppelt so exzentrisch zu sein. Eine Maßnahme. Eine deutliche Maßnahme. »Ich meine die Sekretärin Susan im Büro, nicht dich natürlich«, fuhr Gordons Stimme im Anrufbeantworter fort. »Wo war ich stehen gelieb?« »Ach ja, Richard und Anthem 2.0. Susan, das Ding muss in zwei Wochen in den Beta.« Richard hieb schmallippig auf den schnellen Vorlauf. »Punkt ist, dass es nur einen einzigen Menschen gibt, der wirklich in der Lage ist, rauszubekommen, ob er mit dieser wichtigen Arbeit fertig wird oder ob er bloß träumt. Und dieser einzige Mensch«, wieder drückte er wütend auf die Taste. Er hatte vorgehabt, sich nichts davon anzuhören, und nun wurde er auch noch wütend über das, was er hörte. »Er sollte wirklich einfach damit aufhören.« »Na schön, nur noch einen Versuch.« Als er wieder horchte, vernahm er nur Musik. Komisch. Er spulte ein Stück vor, und immer noch kam Musik. »Warum rief wohl jemand an, um einem Anrufbeantworter Musik vorzuspielen?« fragte er sich. Das Telefon klingelte. Er hielt das Band an und hob ab, worauf er den Hörer wie einen Zitterall fast wieder fallen ließ, als ihm klar war, was er tat. Er hielt das Telefon an sein Ohr und wagte kaum zu atmen. »Regel eins bei Einbrüchen«, sagte eine Stimme. »Geh nie ans Telefon, wenn du mitten in der Arbeit bist. Wie willst du dich denn melden, Herrgott, noch mal?« Richard erstarrte. Es dauerte ein paar Sekunden, bis er wusste, wo er seine Stimme hingetan hatte. »Wer ist dort?« fragte er schließlich flüsternd. »Regel zwei«, fuhr die Stimme fort. »Vorbereitung. Bringe die richtigen Werkzeuge mit. Handschuhe. Versuche den leisesten Schimmer einer Idee davon zu haben, was du vorhast, ehe du mitten in der Nacht von Fensterbrettern herunterbaumelst. Regel drei. Niemals Regel zwei außer Acht lassen.« »Wer ist dort?« rief Richard wieder. Die Stimme blieb gelassen. »Nachbarschaftswachdienst«, sagte sie. »Wenn du mal aus dem Hinterfenster guckst, siehst du...« Richard nahm das Telefon, eilte hinüber ans Fenster und sah hinaus. Ein Blitz in der Ferne erschreckte ihn. »Regel vier«, »halte dich nie dort auf, wo du fotografiert werden kannst. Regel fünf«, »wirst du mir zu, MacDuff?« »Was?« »Ja«, sagte Richard verblüfft. »Woher kennen sie mich?« »Regel fünf«, »gib nie deinen Namen an!« Richard stand schweigend da und atmete heftig. »Ich halte einen kleinen Lehrgang ab«, sagte die Stimme. »Wenn du interessiert bist«, Richard sagte keinen Ton. »Du lernst bereits«, fuhr die Stimme fort. »Langsam, aber du lernst. Wenn du rasch lerntest, hättest du mittlerweile längst aufgelegt. Aber du bist neugierig und unfähig, deshalb legst du nicht auf. Ich halte zufällig keinen Lehrgang für Einbrecherneulinge ab, so verlockend der Gedanke auch ist. Ich bin sicher, es gäbe Stipendien. Aber wenn ich so einen Lehrgang abhielte, würde ich dich gratis aufnehmen. Denn auch ich bin neugierig. Neugierig darauf, warum Mr. Richard Macduff, der, wie ich höre, jetzt ein wohlhabender junger Mann ist, etwas in der Computerindustrie, glaube ich, es plötzlich nötig haben sollte, auf Wohnungseinbrüche zurückzugreifen. »Wer?« Ich ziehe also ein paar kleine Erkundigungen ein, rufe die Auskunft an und stelle fest, dass die Wohnung, in die er gerade einbricht, einer Miss S. Way gehört. Ich weiß, dass Mr. Richard Macduffs Chef der berühmte Mr. G. Way ist und frage mich, ob sie rein zufällig irgendwie miteinander verwandt sein könnten. »Wer?« »Du sprichst mit Svlad, allgemein als Dirk Jelly bekannt, der momentan unter dem Namen Gently firmiert und das aus Gründen, dir aufzuzählen, in diesem Augenblick müßig wäre. Ich wünsche dir einen guten Abend. Wenn du mehr wissen willst, bin ich in zehn Minuten im Pizza Express in der Upper Street. Bring ein bisschen Geld mit.« »Dirk?« rief Richard. »Du... Willst du mich etwa erpressen?« »Nein, du Dummkopf, nur für die Pizzen.« Man hörte ein Klicken. Dirk Gently hatte aufgelegt. Richard stand eine Weile wie versteinert da, wischte sich noch einmal die Stirn und legte den Hörer vorsichtig auf, als wäre er ein verletzter Hamster. Sein Gehirn fing an, leise zu summen und am Daumen zu lutschen. Viele, viele kleine Synapsen tief unter seiner Großhirnrinde fassten sich bei den Händen und begannen herumzutanzen und Kinderlieder zu singen. Er schüttelte den Kopf, um sie vielleicht daran zu hindern. Dann setzte er sich schnell wieder vor den Anrufbeantworter. Er kämpfte mit sich, ob er den Abspielknopf noch einmal drücken sollte oder nicht, und dann machte er es einfach, ehe er zu einem Entschluss gekommen war. Kaum vier Sekunden leichter Orchestermusik waren sanft vorbeigeströmt, als man draußen in der Diele einen Schlüssel sich kratzend im Schloss drehen hörte. Voller Panik drückte Richard auf den Auswerfknopf, ließ die Kassette herausspringen, rammte sie sich in seine Jeans-Tasche und legte von dem Stapel frischer Kassetten, die neben dem Apparat lagen, eine ein. Neben seinem Anrufbeantworter zu Hause lag auch so ein Stapel. Susan aus dem Büro sorgte dafür. Die arme, geduldige Susan aus dem Büro. Er musste irgendwann mal daran denken, am Morgen Mitleid für sie zu empfinden, wenn er die Zeit und Sammlung dafür hatte. Plötzlich und ohne selber zu bemerken, dass er es tat, besann er sich anders. Blitzschnell holte er die Ersatzkassette wieder aus dem Apparat, legte die, die er eben an sich genommen hatte, an ihren Platz zurück, drückte auf den Rückspulknopf und machte einen Hechtsprung aufs Sofa, wo er innerhalb der zwei Sekunden, bis die Tür aufgehen würde, eine nonchalante und gewinnende Haltung einzunehmen versuchte. Eine Eingebung folgend steckte er die linke Hand hinter den Rücken, wo sie sich als nützlich erweisen konnte. Er versuchte eben seiner Miene einen Ausdruck zu verleihen, der sich zu gleichen Teilen aus Zerknirschung, Munterkeit und erotischem Charme zusammensetzte, als die Tür aufging und Michael Milton Innerwokes hereinkam. Alles stand still. Draußen hörte der Wind auf, Eulen hielten mitten im Fluge inne. Naja, vielleicht taten sie es vielleicht auch nicht. Jedenfalls suchte sich die Zentralheizung diesen Augenblick aus, um ihre Tätigkeit einzustellen. Vielleicht außerstande mit der übernatürlichen Kälte fertig zu werden, die plötzlich durch das Zimmer fegte. »Was machst du denn hier, Mittwoch?«, fragte Richard. Er stand von dem Sofa auf, als bringe ihn der Zorn zum Schweben. Michael Milton Innerwokes war ein hochgewachsener Mann mit traurigem Gesicht, der einigen Leuten als Michael Mittwoch in der Woche bekannt war, bis wann er üblicherweise alles zu erledigen versprach. Er trug einen Anzug, der hervorragend geschnitten war, als sein Vater, der selige Lord Magna, ihn vor vierzig Jahren erworben hatte. Michael Milton Innerwokes stand sehr weit oben auf der kleinen, aber erlesenen Liste von Leuten, die Richard durch und durch verabscheute. Er verabscheute ihn, weil er den Gedanken, dass jemand, der nicht nur privilegiert war, sondern sich auch noch selbst leid tat, weil er meinte, die Welt begreife im Grunde die Probleme privilegierter Menschen nicht, außerordentlich anstößig fand. Michael andererseits verabscheute Richard aus dem ziemlich einfachen Grunde, dass Richard ihn verabscheute und kein Geheimnis daraus machte. Michael warf einen langsamen und kummervollen Blick nach draußen in die Diele, durch die Susan näher kam. Als sie Richard sah, blieb sie stehen. Sie legte ihre Handtasche weg, nahm den Schal ab, knöpfte ihren Mandel auf, schlüpfte aus ihm heraus, reichte ihn Michael, ging hinüber zu Richard und knallte ihm einer. »Darauf habe ich den ganzen Abend gespart«, sagte sie wütend, »und versuch bloß nicht so zu tun, als versteckst du hinter deinem Rücken einen Strauß Blumen, den du mitzubringen vergessen hast. Diesen Gag hast du schon letztes Mal probiert.« Sie drehte sich um und schritt davon. »Es ist ein Kartonkonfekt, den ich diesmal vergessen habe«, sagte Richard niedergeschlagen und streckte seine leeren Hände nach ihrem sich entfernenden Rücken aus. »Ich bin außen die ganze Mauer ohne ihn hochgeklettert. Kam ich mir blöd vor, als ich hier drin war.« »Nicht sehr komisch«, sagte Susan. Sie huschte in die Küche und es hörte sich an, als male sie Kaffee mit ihren bloßen Händen. Für jemanden, der immer so nett und sanft und zart wirkte, hatte sie ein Wahnsinnstemperament. »Das stimmt«, sagte Richard, der Michael völlig ignorierte. »Ich hätte mich fast umgebracht.« »Ich werde nichts dagegen unternehmen«, sagte Susan in der Küche. »Wenn du was Großes, Spitzes an den Kopf haben willst, warum kommst du da nicht her und machst dich lächerlich?« »Ich nehme an, es wäre zwecklos, wenn ich jetzt sage, es tut mir leid«, rief Richard. »Kannst du wetten«, sagte Susan, die aus der Küche wieder zurückgeruscht kam. Sie sah ihn mit blitzenden Augen an und stampfte sogar richtig mit dem Fuß auf. »Ehrlich, Richard«, sagte sie. »Wahrscheinlich willst du mir erzählen, du hättest es wieder vergessen. Wie kannst du die Frechheit besitzen, mit zwei Armen, zwei Beinen und einem Kopf dazustehen, als wärst du ein Mensch? Das ist ein Benehmen, dessen sich ein Ermöbenruheanfall schämen würde. Ich wette, selbst die niedrigste Form eines Ermöbenruheanfalls kreuzt ab und zu mal bei seiner Freundin auf, um mit ihr schnell einen kleinen Durchmarsch über die Mageninnenwand zu unternehmen. Ich hoffe, du hattest einen miserablen Abend.« »Hatte ich«, sagte Richard. »Dir hätte es nicht gefallen. Es stand ein Pferd im Badezimmer und du weißt ja, wie du sowas hast.« »Ach, Michael«, sagte Susan kurz angebunden, »steh bloß nicht so rum wie ein zusammenfallender Pudding. »Vielen Dank für das Abendessen und das Konzert. Du warst sehr nett und ich habe mir den ganzen Abend mit großer Freude deine Probleme angehört, weil sie so eine hübsche Abwechslung zu meinen waren. Aber ich denke, es ist das Beste. Ich suche eben schnell nach deinem Buch und schmeiß dich raus. Ich habe ein bisschen ernstliches Gehopse und Getobe zu erledigen und ich weiß, wie das deine zarten Nerven angreift.« Sie nahm ihren Mantel ab und hängte ihn auf. Solange er ihn gehalten hatte, hatte es geschienen, als sei er von dieser Aufgabe vollkommen in Anspruch genommen und gegen alles andere blind. Ohne ihn wirkte er ein wenig verloren und nackt, als müsse er sich erst wieder im Leben zurechtfinden. Er wandte seinen großen, schweren Augen Richard zu. »Richard«, sagte er, »ich habe deinen Artikel in Fathom gelesen, über Musik und...« »Fraktale Landschaft«, sagte Richard kurz. Er hatte keine Lust, mit Michael zu reden und vor allem wollte er in kein Gespräch über Michaels jämmerliche Zeitschrift hineingezogen werden oder vielmehr über die Zeitschrift, die früher mal Michael gehörte. Das genau war der Aspekt des Gesprächs, in den er nicht hineingezogen werden wollte. »Ah, ja, sehr interessant natürlich«, sagte Michael mit seiner seidenweichen, übermäßig abgerundeten Stimme. »Gebirgsformen und Baumformen und alles Mögliche, recycelte Algen, rekursive Algorithmen. Ja, natürlich, sehr interessant. Aber so falsch, so furchtbar falsch, für diese Zeitschrift meine ich. Es handelt sich ja schließlich um Kunstkritik. Ich hätte sowas natürlich nie zugelassen. Ross hat sie total heruntergewirtschaftet. Total. Er wird gehen müssen. Das muss er. Er hat überhaupt kein Gespür und ist ein Dieb. Er ist kein Dieb, Mittwoch, das ist völlig absurd«, schnauzte Richard, der trotz aller Entschlossenheit, es nicht passieren zu lassen, sich augenblicklich hineinziehen ließ. »Er hatte nicht das Geringste damit zu tun, dass du rausgeschmissen wurdest. Das war allein dein blöder Fehler, und du...« Es wurde angespannt Atem geholt. »Richard«, sagte Michael mit seiner sanftesten, gelassensten Stimme, sich mit ihm zu streiten war, als wenn man sich in Fallschirmseide verhedderte. »Ich glaube, du begreifst nicht, wie wichtig...« »Michael«, sagte Susan freundlich, aber bestimmt, und hielt die Tür auf. Michael Milton Inerbox nickte schwach und schien zu schrumpfen. »Dein Buch«, setzte Susan hinzu und hielt ihm ein schmales, ziemlich angejahrtes Buch über die Kirchenarchitektur der Grafschaft Kent hin. Er nahm es, murmelte irgendwelche vagen Dankeschöns, blickte sich einen Moment lang um, als bemerke er plötzlich was ziemlich Seltsames, raffte sich dann wieder zusammen, nickte zum Abschied und verschwand. Richard hatte gar nicht wahrgenommen, wie sehr er sich verkrampft hatte, bis Michael ging, und er sich plötzlich entspannen konnte. Er hatte sich schon immer über die nachsichtige Schwäche geärgert, die Susan für Michael hatte, auch wenn sie sie zu verbergen versuchte, indem sie immer wahnsinnig ruppig zu ihm war. Vielleicht sogar deshalb. »Susan, was soll ich dir sagen?« begann er lahm. »Du könntest zuallererst mal »Autsch« sagen. Selbst diese Genugtuung hast du mir nicht gegönnt, als ich dir eine geklebt habe, und ich dachte schon, es wäre ziemlich darb gewesen. »Gott, ist das kalt hier drin! Wieso ist denn das Fenstersparangel weit offen?« Sie ging es zumachen. »Ich hab's ihr doch erzählt. So bin ich reingekommen«, sagte Richard. Er hörte sich ganz so an, als wolle er erreichen, dass sie sich überrascht zu ihm umdrehte. »Wirklich«, sagte er, »wie in der Schokoladenreklame, nur, dass ich das Konfekt vergessen habe.« Er zuckte schüchtern die Achseln. Sie starrte ihn verwundert an. »Was um alles in der Welt hat dich denn geritten, dass du das gemacht hast?«, fragte sie. Sie steckte den Kopf zum Fenster hinaus und schaute nach unten. »Du hättest dir den Hals brechen können«, sagte sie, als sie sich zu ihm umdrehte. »Hm? Äh, ja«, sagte er. »Es schien nur der einzige Weg. Ich weiß nicht.« Er fing sich wieder. »Du hast deinen Schlüssel wiederhaben wollen. Erinnerst du dich?« »Ja, ich hatte genug davon, dass du immer kamst und meine Speisekammer plündertest, wenn du keine Lust hattest, selber was einzukaufen.« »Richard, bist du wirklich die Außenwand hochgeklettert?« »Na ja, ich wollte hier sein, wenn du nach Hause kommst.« Sie schüttelte verdutzt den Kopf. »Es wäre sehr viel besser gewesen, wenn du hier gewesen wärst, als ich wegging. Trägst du deshalb diese dreckigen alten Klamotten?« »Ja, aber du denkst doch nicht etwa, dass ich so zum Dinner in St. Serts gegangen bin.« »Ja, ich weiß nicht mehr, was du als vernünftiges Verhalten ansiehst.« Sie seufzte und kramte in einer kleinen Schublade herum. »Hier«, sagte sie, »wenn's dir das Leben rettet«, und reichte ihm ein paar Schlüssel an einem Ring. »Ich bin zu müde, um noch wütend zu sein. Einen Abend mit Michaels Gerede hat mir das ausgetrieben.« »Ich werde nie begreifen, warum du dich mit ihm zufrieden gibst«, sagte Richard und ging den Kaffee holen. »Ich weiß, du magst ihn nicht, aber er ist sehr nett und kann auf seine traurige Art bezaubernd sein. Normalerweise ist es sehr erholsam, wenn man mit einem dermaßen egozentrischen Menschen zusammen ist, denn er stellt einem keine Fragen. Aber er ist von der Idee besessen, dass ich wegen seiner Zeitschrift etwas unternehmen kann. Das kann ich natürlich nicht. So funktioniert das Leben nicht. Aber er tut mir wirklich leid.« »Mir nicht. Er hat es sein ganzes Leben sehr, sehr leicht gehabt. Er hat's immer noch sehr, sehr leicht. Man hat ihm bloß sein Spielzeug weggenommen, das ist alles. Das ist ja wohl kaum ungerecht, oder?« »Es ist nicht die Frage, ob es gerecht ist oder nicht. Er tut mir leid, weil er unglücklich ist.« »Naja, natürlich ist er unglücklich. Al Ross hat aus Faithsome eine wirklich witzige, intelligente Zeitschrift gemacht, die plötzlich jeder lesen will. Vorher war sie nur ein stümperhaftes Ammelsurium. Ihre einzige wahre Aufgabe war, dass Michael alle Leute, die er wollte, zum Essen einladen und ihnen Honig ums Maul streichen konnte, unter dem Vorwand, dass sie vielleicht mal ein kleines Artikelchen schreiben würden. Er hat kaum jemals eine Nummer zustande gebracht. Das ganze Unternehmen war in Schwindel. Er hat sich selber damit gehätschelt. Ich finde das wirklich weder bezaubernd noch einnehmend. Ach, Entschuldigung. Ich rede unausgesetzt darüber und wollte's gar nicht. Susan zuckte verlegen die Schultern. »Ich glaub, du übertreibst«, sagte sie. »Ich denke aber, ich werde ihm aus dem Weg gehen, wenn er nicht locker lässt, dass ich was tue, was ich einfach nicht tun kann. Das ist mir zu anstrengend. Na, hör zu. Jedenfalls bin ich froh, dass du einen schrecklichen Abend hattest. Ich möchte darüber reden, was wir dieses Wochenende machen wollten.« »Äh«, sagte Richard, »tja, oh, am besten höre ich erst mal die Anrufe ab.« Sie ging an ihm vorbei zu dem Anrufbeantworter, spielte die ersten paar Sekunden von Gordons Anruf ab und ließ plötzlich die Kassette herausspringen. »Ich kann mich nicht damit abgeben«, sagte sie und reichte sie ihm. »Könnst du sie einfach morgen direkt Susan im Büro geben? Spar ihr einen Weg. Wenn irgendwas Wichtiges drauf ist, kann sie's mir ja sagen.« Richard machte ein verständnisloses Gesicht, sagte »Äh, ja« und steckte das Band in die Tasche, während er vor Schreck über die plötzliche Rettung zu zittern begann. »Und sowieso, äh, das Wochenende«, sagte Susan und setzte sich auf das Sofa. Richard fuhr sich mit der Hand über die Stirn. »Susan, ich, äh, es tut mir leid, ich muss arbeiten. Nicola ist krank und ich muss am Freitag in einer Woche im Wigmore für Sie einspringen. Wir spielen was von Vivaldi und was von Mozart, das ich nicht allzu gut kenne. Und das bedeutet am Wochenende leider zusätzlich viel üben. Tut mir leid.« »Also, wie sich's so trifft«, sagte Richard, »hab ich auch zu tun«, ersetzte sich neben sie. »Ich weiß, Gordon liegt mir in den Ohren, dass ich dich drängen soll. Ich wollte, er täte es nicht. Es geht mich nichts an und bringt mich in eine unangenehme Lage. Ich hab's satt, von Leuten unter Druck gesetzt zu werden, Richard. Wenigstens du machst das nicht.« Sie trank einen kleinen Schluck von ihrem Kaffee. »Aber ich bin sicher«, setzte sie hinzu, »es liegt eine Art Grauzone zwischen dem Umstand unter Druck gesetzt und dem völlig vergessen zu werden, die ich ganz gerne mal näher erforschen würde.« »Nimm mich in die Arme.« Er nahm sie in seine Arme und fühlte, dass er unmäßig und unverdientermaßen glücklich war. Eine Stunde später ging er und stellte fest, dass das Pizza-Express zu war. Unterdessen begab sich Michael Milton Innerwokes zurück zu seinem Haus in Chelsea. Im Fond des Taxis sitzen betrachtete er mit leerem Blick die Straßen und trommelte in einem langsamen, gedankenverlorenen Rhythmus leise mit den Fingern gegen die Scheibe. »Brab-tab-tab, harab-tab, harab-tab.« Er war einer von diesen gefährlichen Leuten, die sanft, moluskenhaft und kuhartig sind, vorausgesetzt, sie haben, was sie wollen. Und weil er immer alles gehabt hatte, was er wollte und damit offenbar leicht zufriedenzustellen war, war niemandem je der Gedanke gekommen, er könne irgendwas anderes sein als sanft, moluskenhaft und kuhartig. Man mußte durch viele sanfte, moluskenhafte Schichten vorstoßen, um eine Schicht zu finden, die nicht nachgab, wenn man draufdrückte. Das war die Schicht, die zu schützen all die sanften, moluskenhaften Schichten da waren. Michael Milton Innerwokes war der jüngere Sohn von Lord Magna, einem Verleger, Zeitungsbesitzer und mehr als nachsichtigem Vater, unter dessen Schutzschirm es für Michael ein Vergnügen gewesen war, seine eigene kleine Zeitschrift bei imponierenden Verlusten herauszugeben. Lord Magna hatte über den allmählichen, aber würdevollen und hoch angesehenen Niedergang des Verlagsimperiums geherrscht, das einmal von seinem Vater, dem ersten Lord Magna, gegründet worden war. Michael fuhr fort, leicht mit den Knöcheln gegen das Glas zu trommeln. Adab-tab, adab-a-tab. Er erinnerte sich an den entsetzlichen, furchtbaren Tag, an dem sein Vater einen tödlichen Stromschlag erlitten hatte, als er einen Stecker reparierte, und seine Mutter, seine Mutter die Firma übernahm. Sie übernahm sie nicht nur, sondern begann sie mit völlig unerwarteter Werbe und Entschlossenheit zu führen. Sie durchforschte die Firma mit einem sehr scharfen Blick darauf, wie sie geleitet oder vielmehr geleichtert worden war, wie sie es ausdrückte, und machte sich schließlich sogar daran, ein Auge auf die Bilanzen von Michaels Zeitschrift zu werfen. Tapp-tapp-tapp. Nun wusste Michael gerade genug über die geschäftliche Seite der Dinge, um zu wissen, wie die Zahlen eigentlich aussehen müssten, und seinem Vater hatte er einfach versichert, genau so säen sie aus. »Kann nicht zulassen, dass dieser Job bloß eine Senikure ist. Das musst du einsehen, alter Freund. Du musst auf eigenen Füßen stehen. Wie sähe das denn sonst aus, was?« pflegte sein Vater zu sagen, und Michael nickte dann immer ernst und begann sich die Zahlen für den nächsten Monat aus den Fingern zu saugen, oder wann das auch wäre, wenn er seine nächste Nummer zustande brächte. Seine Mutter aber war nicht so nachsichtig. Nicht ums Verrecken. Michael nannte seine Mutter gewöhnlich eine alte Streitachst, aber wenn sie wirklich mit einer Streitachst zu vergleichen war, dann nur mit einer kostbar gearbeiteten, wunderbar ausbalancierten Streitachst mit wenigen geschmackvollen und zierlichen Gravuren, die unmittelbar vor ihrer glänzenden, rasiermesserscharfen Schneider aufführten. Ein Hieb mit so einem Werkzeug, und man würde nicht einmal merken, dass man getroffen wurde, bis man etwas später versucht, auf die Uhr zu sehen und feststellt, dass der Arm nicht mehr dran ist. Sie hatte geduldig, oder zumindest mit dem Anschein von Geduld, die ganze Zeit in den Kulissen gewartet, war eine hingebungsvoll zärtliche Ehefrau, eine liebevolle, doch strenge Mutter gewesen. Nun hatte sie jemand, um noch mal für einen Augenblick das Bild zu wechseln, aus ihrem Futeral genommen und alles flitzte in Deckung, inklusive Michael. Es war ihr fester Glaube, dass Michael, den sie im Stillen anbetete, im vollsten und schlimmsten Sinne des Wortes verdorben worden war, und sie war entschlossen, dem in diesem Spätstadium ein Ende zu setzen. Sie brauchte nicht länger als ein paar Minuten, um zu sehen, dass ihr die Zahlen jeden Monat schlicht gefälscht hatte, und dass die Zeitschrift, wenn Michael mit ihr herumspielte und ständig gewaltige Restaurantrechnungen, Taxikosten und Mitarbeitergehälter auflaufen ließ, die ihr schelmisch erfundenen Summen gegenüberstellte, Unmassengeld kostete. Das Ganze war einfach irgendwo in den gigantischen Bilanzen von Magnahaus versickert. Darauf hatte sie Michael zu sich gebeten. Tapptapp, harappatappa. »Wie möchtest du von mir behandelt werden?« sagte sie. »Als mein Sohn oder als der Herausgeber einer meiner Zeitschriften? Beides tue ich mit großer Freude.« »Deine Zeitschriften?« »Nun ja, ich bin dein Sohn, aber ich verstehe nicht.« »Ganz recht, Michael, ich möchte, dass du dir mal diese Zahlen ansiehst.« sagte sie munter und reichte ihm ein Blatt mit einem Computerausdruck. »Die auf der linken Seite zeigen die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben von Fathom. Die auf der rechten Seite sind deine Zahlen.« »Fällt dir irgendwas daran auf?« »Mutter, ich kann das erklären. Ich...« »Gut«, sagte Lady Magna zuckersüß. »Darüber bin ich sehr froh.« Sie nahm das Blatt Papier wieder an sich. »Also, hast du irgendeine Meinung dazu, wie die Zeitschrift in Zukunft geführt werden sollte?« »Ja, ganz entschieden, eine sehr feste. Ich...« »Gut«, sagte Lady Magna mit einem strahlenden Lächeln. »Nun, das ist ja dann alles durchaus zufriedenstellend.« »Möchtest du sie denn nicht hören?« »Nein, ist schon in Ordnung, Liebling. Ich nehme lediglich mit Freuden zur Kenntnis, dass du etwas dazu beitragen kannst, die Angelegenheit vollständig aufzuklären. Ich bin sicher, der neue Besitzer von Fathom wird es sich gern anhören, egal was es ist.« »Was«, sagte Michael, wie vom Schlag gerührt, »du meinst, du wirst Fathom tatsächlich verkaufen?« »Nein, ich meine, ich habe sie schon verkauft. Hab leider nicht viel dafür bekommen. Ein Pfund plus das Versprechen, dass du für die nächsten drei Nummern als Herausgeber bleiben darfst. Danach ist es dem Gutdünken des neuen Besitzers überlassen.« Michael starrte sie mit aufgerissenen Augen an. »Na nun komm«, sagte seine Mutter versöhnlich, »unter den bisherigen Bedingungen konnten wir doch kaum weitermachen, oder? Du warst stets mit deinem Vater einer Meinung, dass der Job für dich keine Sinekure sein solle. Und da es mir sehr schwer fiele, dir deine Geschichten entweder zu glauben oder ihnen Widerstand entgegenzusetzen, meinte ich, ich reichte das Problem lieber an jemanden weiter, mit dem du ein sachlicheres Verhältnis haben könntest. »So, jetzt habe ich eine andere Verabredung, Michael.« »Ja, aber wem hast du sie denn verkauft?«, stammelte Michael. »Gordon Way.« »Gordon Way? Aber um Himmels Willen, Mutter! Er ist...« »Er ist sehr darauf bedacht, als Kunstförderer betrachtet zu werden. Und ich denke, ich meine wirklich als Förderer. Ich bin sicher, du wirst großartig mit ihm auskommen, Liebling. So, wenn du nichts dagegen hast...« Michael wich nicht vom Fleck. »So etwas Empörendes habe ich meinen Lebtag noch nicht gehört. Ich...« »Weißt du, genau das hat Mr. Way auch gesagt, als ich ihm die Zahlen hier zeigte, und dann verlangte, dass du für drei Nummern als Herausgeber behalten werden solltest.« Michael schnaufte vor Entrüstung, wurde rot und drohte mit dem Finger. Aber es fiel ihm nicht mehr ein, was er sagen konnte. Nur noch, welchen Unterschied zu alledem hätte es denn gemacht, wenn ich gesagt hätte, behandle mich als Herausgeber einer deiner Zeitschriften. »Nun, Liebling«, sagte Lady Magna in ihrem liebreizendsten Lächeln, »ich hätte dich natürlich Mr. Merton Innerworks genannt, und ich würde dir jetzt nicht sagen, zieh mal deine Schleife gerade«, setzte sie mit einer winzig kleinen Bewegung unter ihrem Kinn hinzu. »Rapp-tapp-tapp, rapp-tapp-tapp«, »Nummer 17, nicht, Meister?« »Äh, was?«, sagte Michael und schüttelte den Kopf. »17, was, sagten Sie, stimmt's?«, sagte der Taxifahrer. »Wir sind nämlich da.« »Oh, oh ja, danke«, sagte Michael. Er stieg aus und kramte in den Taschen nach Geld. »Tapp-tapp-tapp, ha?« »Was?«, sagte Michael und zahlte. »Tapp-tapp-tapp«, sagte der Taxifahrer. »Den ganzen verdammten Weg bis hierher. Sie quält wohl was, ha, Meister?« »Kümmern Sie sich um Ihre eigenen verdammten Angelegenheiten«, schnauzte Michael wütend. »Wenn Sie meinen, wenn Sie meinen, Chef, dachte bloß, Sie drehen vielleicht noch durch oder so was«, sagte der Chauffeur und fuhr davon. Michael betrat das Haus, begab sich durch die kalte Diele in das Esszimmer, schaltete das Deckenlicht an und goss sich aus der Karaffe einen Brandy ein. Er schlüpfte aus seinem Mantel, warf ihn auf den großen Esstisch aus Mahagoni, zog sich einen Stuhl ans Fenster, nahm Platz und klammerte sich an seinen Drink und seinen Groll. »Tapp-tapp-tapp«, trommelte er ans Fenster. Mirrisch und widerstrebend war er die vereinbarten drei Monate als Herausgeber geblieben und dann ohne großes Tamtam entlassen worden. Ein neuer Herausgeber wurde gefunden, ein gewisser A.K. Ross, der jung, besessen und ehrgeizig war und aus der Zeitschrift schnell eine strahlende Erfolgsgeschichte machte. Seitdem war Michael ohne Aussichten und Schutz gewesen. Für ihn gab es nichts mehr. Er trommelte wieder gegen das Fenster und blickte, wie er das öfter tat, auf die kleine Tischlampe, die auf dem Fensterbrett stand. Es war eine ziemlich hässliche und gewöhnliche kleine Lampe, und das einzige an ihr, was regelmäßig seine Aufmerksamkeit auf sich zog, war die Tatsache, dass es die Lampe war, die seinem Vater den tödlichen Stromschlag versetzt hatte, und genau an diesem Platz hatte er gesessen. Der alte Knabe war so ein Dummkopf in allen technischen Dingen gewesen. Michael sah ihn geradezu vor sich, wie er mit äußerster Konzentration durch seine Halbmondbrille spähte und an seinem Schnurrbart saugte, während er die komplizierten Geheimnisse eines Elektrosteckers zu enträtseln suchte. Er hatte ihn, schien es, in die Wand gesteckt, ohne vorher die Abdeckung wieder dran zu schrauben, und dann versucht, die Sicherung in situ auszuwechseln. Davon hatte er den Schlag abbekommen, der sein bereits wackeliges Harz verstummen ließ. So ein simpler, simpler Fehler, dachte Michael, wie ihn jeder hätte machen können. Jeder. Aber die Folgen waren katastrophal. Absolut katastrophal. Der Tod seines Vaters, sein Untergang, der Aufstieg dieses entsetzlichen Ross und seiner schrecklich erfolgreichen Zeitschrift und ... tap, tap, tap. Er blickte auf das Fenster, auf sein Spiegelbild darin und auf die dunklen Schatten der Büsche dahinter. Er schaute wieder auf die Lampe. Es war genau derselbe Gegenstand, es war genau derselbe Platz, und der Fehler war so einfach gewesen. Einfach zu begehen, einfach zu vermeiden. Das Einzige, was ihn von diesem einfachen Augenblick trennte, war die unsichtbare Barriere der Monate, die inzwischen vergangen waren. Eine plötzliche, seltsame Ruhe bemächtigte sich seiner, als hätte sich in seinem Innern mit einem Mal etwas entschieden. Tap, tap, tap. Fathom gehörte ihm. Die Zeitschrift hatte gar keinen Erfolg, sein Sollen, sie war sein Leben. Sein Leben hatte man ihm genommen, und das erforderte eine Antwort. Tap, 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 klirr. Er war selber erstaunt, als er plötzlich mit der Hand durch die Scheibe fuhr und sich ziemlich arg schnitt. Einige der weniger angenehmen Aspekte des Todseins begannen, Gordon Way allmählich zu dämmern, als er vor seinem kleinen Landhaus stand. Es war nach jedermanns Maßstäben wirklich ein ziemlich großes Landhaus, aber er hatte schon immer ein Häuschen auf dem Lande haben wollen, und als die Zeit kam, dass er sich endlich eins kaufen konnte, und er entdeckte, dass ihm eine ganze Menge mehr Geld zur Verfügung stand, als er je zu besitzen im Ernst für möglich gehalten hätte, kaufte er sich ein großes, altes Pfarrhaus und nannte es »sein Häuschen auf dem Lande«, trotz der sieben Schlafzimmer und der vier morgenfeuchten Cambridgeer Landes drumherum. Es half wenig, ihn bei den Leuten beliebt zu machen, die nur kleine Landhäuschen hatten, aber wenn Gordon Way es gestattet hätte, seine Aktivitäten sich daran orientieren zu lassen, was ihn bei Leuten beliebt machte, wäre er nicht Gordon Way gewesen. Er war natürlich nicht mehr Gordon Way, er war der Geist von Gordon Way. In seiner Tasche hatte er die Geister von Gordon Ways Schlüsseln. Diese Entdeckung war es, die ihn seinen unsichtbaren Schritt einen Moment lang verhalten ließ. Der Gedanke, einfach durch Wände zu spazieren, erfüllte ihn offengesagt mit Abscheu. Das war etwas, dem er die ganze Nacht angestrengt aus dem Weg zu gehen versucht hatte. Vielmehr hatte er darum gekämpft, jeden Gegenstand, den er berührte, anzupacken und festzuhalten, um ihn und damit auch sich körperlich greifbar erscheinen zu lassen. Sein Haus, sein eigenes Haus, auf eine andere Art betreten zu sollen, als der, die Haustür aufzuschließen und in Eigentümerpose den Schritt hineinzusetzen, erfüllte ihn mit rasender Verlegenheit. Er wünschte sich, als er es anstarrte, das Haus sei kein so ausgepichtes Beispiel viktorianischer Gotik und das Mondlicht spiele nicht so kalt auf seinen schmalen Giebelfenstern und den abschreckenden Türmen. Als er es kaufte, hatte er, törichterweise, gewitzelt, dass es so aussehe, als spuke es bestimmt darin, nicht ahnend, dass es eines Tages der Fall und wer der Geist sein würde. Ein Gefühl der Entmutigung beschlich ihn, als er lautlos den Fahrweg entlang wanderte, der von den drohend aufragenden Silhouetten der Eiben geschäumt war, die viel älter als das Pfarrhaus selbst waren. Es war ihm ein störender Gedanke, dass jemand anderer Angst haben könnte, so einen Fahrweg in so einer Nacht entlang zu gehen, aus Furcht, er könnte jemandem wie ihm begegnen. Hinter einer Wand aus Eiben zu seiner Linken stand die dunkle Masse der alten, jetzt langsam verfallenden Kirche, die nur im Wechsel mit den anderen Kirchen der Nachbardörfer benutzt wurde, und der ein Pfarrer vorstand, der von der Fahrradfahrt hierher immer außer Atem und durch die wenigen Leute entmutigt war, die auf ihn warteten, wenn er ankam. Hinter dem Kirchturm hing das kalte Auge des Mondes. Der flüchtige Eindruck einer Bewegung schien plötzlich seinen Blick zu bannen, als habe sich eine Gestalt in den Büschen am Haus gerührt. Aber es war, sagte er sich, nur seine Fantasie, die durch die Anstrengung, tot zu sein, überreizt war. Was gab es hier schon, wovor er sich fürchten sollte? Er lief weiter um den Seitenflügel des Pfarrhauses herum zur Eingangstür, die tief im Innern ihres düsteren, efeu-umrangten Vorbaus versteckt war. Zu seiner Verblüffung bemerkte er plötzlich das Licht aus dem Haus drang. Elektrisches Licht und das schwache Flackern eines Kaminfeuers Es dauerte ein, zwei Augenblicke, bis ihm klar wurde, dass er natürlich für den Abend erwartet wurde, wenn auch kaum in seiner gegenwärtigen Gestalt. Mrs. Bennet, die alte Haushälterin, würde gekommen sein, um das Bett zu machen, das Feuer anzuzünden und ihm ein leichtes Abendessen hinzustellen. Auch der Fernseher würde laufen, vor allem, damit er ihn nach dem Eintreten ungeduldig ausmachen konnte. Seine Schritte unterließen es, auf dem Kies zu knirschen, als er näher kam. Er wußte zwar, dass er an der Tür scheitern würde, dennoch konnte er nicht anders, als erst einmal zu ihr zu gehen und zu probieren, ob er sie öffnen könnte, und erst dann, in den Schatten des Vorbaus geduckt, würde er die Augen zumachen und sich verschämt durch die Tür gleiten lassen. Er ging zu der Tür und blieb stehen. Sie war offen. Nur zwei Zentimeter, aber sie war offen. Seine Seele zitterte ängstlich überrascht. Wie konnte sie nur offen stehen? Mrs. Bennet war in solchen Dingen doch immer so gewissenhaft. Einen Augenblick blieb er unsicher stehen. Dann stemmte er sich mühsam gegen die Tür. Unter dem bisschen Druck, den er gegen sie zustande brachte, schwang sie langsam und widerwillig auf, wobei ihre Angeln protestierend ächzten. Er schritt hindurch und glitt in die mit Steinplatten ausgelegte Eingangshalle. Eine breite Treppe führte ins Dunkle hinauf, aber die Türen, die von der Diele abgingen, waren alle zu. Die nächstgelegene Tür führte in den Salon, in dem das Feuer brannte und aus dem er gedämpft die Autoverfolgungsjagden des Spätfilms hören konnte. Vergeblich mühte er sich ein, zwei Minuten mit dem glänzenden Messingdrehknopf ab. Doch schließlich musste er seine demütigende Niederlage eingestehen und warf sich in plötzlicher Wut mit aller Kraft gegen die Tür und durch sie hindurch. Der Raum war ein Abbild wohltuender Wohnlichkeit. Er taumelte voller Schwung hinein und war außerstande, sich daran zu hindern, weiter durch einen kleinen Beistelltisch zu schweben, auf dem dicke Sandwiches und eine Thermosflasche mit heißem Kaffee standen, dann durch einen großen Polstersessel hindurch ins Kaminfeuer und durch die dicke heiße Ziegelwand in das dunkle, kalte Esszimmer dahinter. Die Verbindungstür zurück in den Salon war ebenfalls geschlossen. Gordon befingerte sie empfindungslos. Dann nahm er sich ins Unvermeidliche schickend seinen Mut zusammen und glitt ruhig und vorsichtig durch sie hindurch in den Salon zurück, wobei er zum ersten Mal die prächtige innere Maserung des Holzes wahrnahm. Die Gemütlichkeit des Raumes war fast zu viel für Gordon, und er wanderte gedankenverloren darin herum, außerstande, sich hinzusetzen und sich von der warmen Lebendigkeit des Kaminfeuers durchstrahlen zu lassen. Ihn konnte es nicht wärmen. Was, überlegte er, machten Geister eigentlich die ganze Nacht? Er setzte sich nervös hin und sah fern. Aber bald trieben die Autoverfolgungsjagden friedlich ihrem Ende entgegen, und es blieb nichts weiter als grauer Schnee und weißes Rauschen, das er einfach nicht ausschalten konnte. Er stellte fest, dass er zu tief in den Sessel gesunken war und kam mit Teilen davon durcheinander, als er sich wieder nach oben schob und zog. Er versuchte, sich einen Spaß daraus zu machen, mitten in einem Tisch zu stehen, aber das trug wenig dazu bei, eine Stimmung zu heben, die von Verzweiflung ausgehend unerbittlich abwärts rutschte. »Vielleicht sollte er schlafen.« »Vielleicht.« Er fühlte weder Müdigkeit noch Schläfrigkeit, nur eine schreckliche Sehnsucht, alles zu vergessen. Er ging durch die geschlossene Tür in die dunkle Eingangshalle zurück, von der die breite, schwere Treppe zu den großen, düsteren Schlafzimmern hinaufführte. Die trottete er empfindungslos nach oben. Es war umsonst, das wusste er. Wenn man die Tür zu einem Schlafzimmer nicht aufmachen kann, kann man auch nicht in dem Bett schlafen. Er ließ sich durch die Tür gleiten und schwebte auf das Bett, von dem er wusste, dass es kalt war, obgleich er es nicht fühlte. Der Mond brachte es offenbar nicht fertig, ihn in Ruhe zu lassen, und schien ihm voll ins Gesicht, während er mit weit geöffneten Augen ohne jede Empfindung dalag, außerstande jetzt, sich noch zu erinnern, was Schlaf war oder wie man das machte. Das Grauen der Leere legte sich auf ihn, das Grauen, auf immer und ewig morgens um vier wach zu liegen. Er konnte nirgendwo hin, hatte nichts zu tun, wenn er dorthin kam, und niemanden, zu dem er gehen und den er wecken konnte, der über seinen Anblick nicht äußerst entsetzt wäre. Der schlimmste Augenblick war der gewesen, als er Richard auf der Straße gesehen hatte. Richards erstarrtes, weißes Gesicht in der Windschutzscheibe. Wieder sah er sein Gesicht und das der bleichen Gestalt neben ihm. Das war es gewesen, was das letzte Fünkchen Wärme aus ihm herausgeschüttelt hatte, das Dunkel in seiner Erinnerung hing, die ihm sagte, das alles sei bloß ein vorübergehendes Problem. In der Nacht war es sicher schrecklich, aber am Morgen, wenn er Leute sehen und mit allem ins Reine kommen konnte, wäre es wieder in Ordnung. Er spielte in seinen Gedanken mit der Erinnerung an diesen Moment und konnte ihn nicht loslassen. Er hatte Richard gesehen, und Richard, das wusste er, hatte ihn gesehen. Nichts würde wieder in Ordnung sein. Wenn er sich nachts so mies fühlte, huschte er sonst immer mal schnell nach unten, um nachzusehen, was im Kühlschrank war. Und das tat er jetzt. Das wäre lustiger als sein mondbeschienenes Schlafzimmer. Er würde in der Küche rumhängen und die Nacht totschlagen. Er rutschte am und teilweise durchs Gelände nach unten, schwebte ohne weiteres Nachdenken durch die Küchentür und wandte dann ungefähr fünf Minuten lang seine ganze Konzentration und Energie darauf, das Licht anzukriegen. Das schenkte ihm ein echtes Erfolgsgefühl, und er beschloss, es mit einem Bier zu feiern. Nach ein, zwei Minuten, als er wiederholt mit einer Dose Fosters herumjongliert und sie hatte fallen lassen, gab er es auf. Er hatte nicht die leiseste Vorstellung, wie er es fertigbringen könnte, einen Ringverschluss zu öffnen, und außerdem war das Zeug mittlerweile völlig durchgeschüttelt. Und was wollte er damit auch anfangen, selbst wenn er die Dose aufbekam? Er hatte keinen Körper mehr, in dem er es behalten konnte. Er schleuderte die Dose von sich, und sie zog sich eilig unter einen Schrank zurück. Er begann, etwas an sich zu bemerken, nämlich, wie seine Fähigkeit, etwas zu ergreifen, in einem langsamen Rhythmus wuchs und wieder abnahm, wie das auch seine Sichtbarkeit tat. Dieser Rhythmus war allerdings unregelmäßig, oder vielleicht war es bloß so, dass seine Auswirkungen manchmal deutlicher als andermal waren. Auch das schien sich in einem langsameren Rhythmus zu ändern. Gerade im Augenblick kam es ihm so vor, als nehmen seine Kräfte zu. In einem plötzlichen Tätigkeitsrausch versuchte er mal auszuprobieren, wie viele Dinge in der Küche er bewegen oder benutzen oder sonst wie in Gang bringen könne. Er riss Schränke auf, zarte Schubladen heraus und verstreute Bestecke über den Boden. Er entlockte der Küchenmaschine ein kurzes Surren. Er schmiss die elektrische Kaffeemühle um, ohne sie zum Laufen zu bringen. Er machte das Gas am Herd an, konnte es dann aber nicht anzünden. Er misshandelte ein Brot mit einem Tranchiermesser. Er versuchte, sich Brotstücke in den Mund zu stecken, aber sie fielen einfach durch seinen Mund hindurch auf den Boden. Eine Maus erschien, huschte aber wieder weg, wobei ihr das Fell vor Angst zu Berge stand. Schließlich hörte er auf und setzte sich an den Küchentisch. Gefühlsmäßig ausgelaugt, aber körperlich ohne jede Empfindung. Wie, fragte er sich, würden die Leute auf seinen Tod reagieren? Wer würde am traurigsten darüber sein, dass er gestorben war? Eine Zeit lang würden sie entsetzt sein, dann traurig, und dann würden sie sich daran gewöhnen, und er wäre eine immer blasser werdende Erinnerung, während die Leute ihr Leben ohne ihn weiterlebten und meinten, er sei dahin gegangen, wo die Leute nun mal hingehen. Das war ein Gedanke, der ihn mit eisigster Furcht erfüllte. Er war nicht gegangen, er war noch da. Er saß einem Schrank gegenüber, den er bislang nicht hatte öffnen können, weil der Türverschluss zu stramm ging, und es ärgerte ihn. Er hantierte ungeschickt mit einer Dose Tomaten herum, dann ging er noch mal zu dem großen Schrank hinüber und traktierte den Verschluss mit der Dose. Die Tür sprang auf, und seine abhandengekommene, blutverschmierte Leiche fiel grauenerregend mit dem Gesicht voran heraus. Gordon hatte sich bis zu diesem Moment nicht klargemacht, dass ein Gespenst in Ohnmacht fallen kann. Jetzt wurde es ihm klar, und er tat es. Ein paar Stunden später erwachte er von dem Lärm seines explodierenden Gasherds. Am folgenden Morgen wachte Richard zweimal auf. Das erste Mal glaubte er, er habe sich geirrt und drehte sich für wenige unruhige Minuten auf die andere Seite. Das zweite Mal setzte er sich mit einem Ruck auf, denn plötzlich drängten die Ereignisse der vergangenen Nacht wieder auf ihn ein. Er ging nach unten und nahm ein schlecht gelauntes und unruhiges Frühstück zu sich, bei dem alles schief ging. Er verbrannte den Toast, verschüttete den Kaffee und stellte fest, dass er zwar am Tag zuvor hatte Marmelade kaufen wollen, es aber nicht getan hatte. Er betrachtete seinen lahmen Versuch, sich was Essbares zuzuführen und dachte, vielleicht könnte er sich wenigstens die Zeit nehmen, Susan am Abend zu einem tollen Essen auszuführen und sie so für gestern Abend zu entschädigen. Wenn er sie dazu überreden konnte. Es gab ein Restaurant, von dem Gordon lang und breit geschwärmt und das er ihnen ans Herz gelegt hatte. Gordon wusste bei Restaurants ziemlich gut Bescheid. Sicherlich verbrachte er genügend Zeit in ihnen. Richard saß da und tippte einige Minuten mit einem Bleistift gegen seine Zähne, dann ging er in sein Arbeitszimmer hinauf und fischte unter einem Stapel Computerzeitschriften ein Telefonbuch hervor. »L'Esprit d'Escalier«. Er rief in dem Restaurant an und versuchte, einen Tisch zu bestellen, aber als er sagte, für wann er ihn haben wolle, schien das leichter Heiterkeit zu erregen. »Ah non, Monsieur«, sagte der Geschäftsführer, »ich bedauere, das ist unmöglich. Im Augenblick muss man Vorbestellungen mindestens drei Wochen im Voraus machen. Pardon, Monsieur.« Richard staunte, dass es Leute gab, die wirklich schon drei Wochen im Voraus wussten, was sie machen wollten, dankte dem Geschäftsführer und legte auf. »Na dann vielleicht halt wieder eine Pizza.« Dieser Gedanke brachte ihn auf die Verabredung, die er am Abend zuvor nicht hatte einhalten können, und nach einer Weile wurde er neugierig und langte noch einmal nach dem Telefonbuch. »Gentleman, Gentles, Gentry«. Es gab absolut keinen Gentli, keinen einzigen. Er fand die anderen Telefonbücher, bis auf das für S bis Z, das seine reine Machefrau beharrlich wegwarf, aus Gründen, die er bis jetzt noch nicht rausgekriegt hatte. Es gab ohne Zweifel keinen Celli oder irgend sowas. Es gab keinen Gentli, keinen Digentli, keinen Gentli, keinen Zendli, auch nichts Entferntes ähnliches. Er dachte an Tientli, Zendli oder Tizendli und probierte es bei der Telefonauskunft, aber die war nicht da. Er saß da, tippte wieder mit einem Bleistift gegen seine Zähne und beobachtete, wie sich sein Sofa langsam auf seinem Computerbildschirm drehte. Besonderbar es doch war, dass nur wenige Stunden zuvor Wreck mit solcher Eindringlichkeit nach Dirk gefragt hatte. Wenn man wirklich jemanden finden wollte, wie nehme man das in Angriff? Was würde man tun? Er versuchte, die Polizei anzurufen, aber die war auch nicht da. Na, das war's dann wohl. Er hatte für den Augenblick alles getan, was er konnte, außer einen Privatdetektiv zu engagieren, und er hatte bessere Möglichkeiten, seine Zeit und sein Geld zu verplempern. Dirk würde er irgendwann wieder zufällig begegnen, wie er das ja ungefähr alle paar Jahre tat. Es fiel ihm sowieso schwer zu glauben, dass es so was wie Privatdetektive gab. Was waren das für Leute? Wie sahen sie aus? Wo arbeiteten sie? Was für einen Schlips würde man tragen, wenn man Privatdetektiv wäre? Wahrscheinlich müsste es genau die Sorte Schlipse sein, von denen die Leute nicht erwarteten, dass Privatdetektive sie trügen. Man stelle sich vor, so ein Problem zu klären, wenn man gerade aufgestanden ist. Bloß aus reiner Neugier und weil die einzige Alternative dazu war, sich an das Anthem-Programm anzusetzen, blätterte er plötzlich in den gelben Seiten herum. Privatdetektive, siehe Detekteien. In so einem soliden, nüchternen Zusammenhang wirkten die Wörter fast drollig. Er blätterte in dem Buch zurück. Drogerien, Drachen, Dolmetscher, Disc-Jockeys, Detekteien. In dem Moment klingelte das Telefon, und er meldete sich ein bisschen kurz angebunden. Er mochte es nicht, unterbrochen zu werden. Irgendwas nicht in Ordnung, Richard? Oh, hi, Kate. Tschuldige, nein, ich war mit meinen Gedanken woanders. Kate Anselm war eine andere Star-Programmiererin bei WayForward Technologies. Sie arbeitete an einem langfristigen Projekt über künstliche Intelligenz, so einem Ding, das sich wie ein absurdes Hirngespinst anhörte, bis man sie darüber reden hörte. Gordon musste sie ziemlich regelmäßig darüber reden hören, teils weil er wegen der Summen, die es kostete, nervös war, teils weil, na ja, es wenig Zweifel gab, dass Gordon Kate sowieso gern reden hörte. »Ich wollte dich nicht stören«, sagte sie. »Es ist nur, dass ich andauernd versuche, Gordon zu erreichen, und kriege ihn nicht. Er meldet sich weder in London noch im Landhaus, nicht in seinem Wagen und auch nicht über den Pieper. Es ist nur so, dass es für jemanden so kontaktwütigen wie Gordon ein bisschen merkwürdig ist. Weißt du, ob er Telefon in seinem Isoliertank hat?« »Sicher.« »Ich hab ihn seit gestern nicht gesprochen«, sagte Richard. Plötzlich fiel ihm das Band wieder ein, das er aus Susans Anrufbeantworter genommen hatte, und hoffte zu Gott, dass es nichts Wichtigeres in Gordons Anruf gebe als das Gequatsche über Kaninchen. Er sagte, »Ich weiß, dass er ins Landhaus fahren wollte. Ah, ich weiß nicht, wo er ist. Hast du mal versucht?« Richard konnte sich nicht denken, wo man es sonst noch versuchen konnte. »Ah, großer Gott.« »Richard?« »Wie merkwürdig.« »Richard, was ist denn los?« »Nichts, Kate. Ich habe nur gerade was ganz Erstaunliches gelesen.« »Wirklich? Was liest du denn gerade?« »Tja, das Telefonbuch, tatsächlich.« »Wirklich? Da muss ich gleich los und mir auch eins besorgen. Sind die Filmrechte schon vergeben?« »Hör zu, entschuldige, Kate. Kann ich zurückrufen?« »Ich weiß nicht, wo Gordon im Augenblick ist.« »Mach dir keine Sorgen. Ich weiß, wie es ist, wenn man es nicht erwarten kann, endlich umzublättern. Sie spannen einen immer bis ganz zum Schluss auf die Folter. Stimmt's? Da muss Zbigniew dahinter stecken. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.« Sie legte auf. Auch Richard legte auf und starrte auf die gerahmte Anzeige, die er in den gelben Seiten vor sich liegen hatte. Dirk Gently's holistische Dedektei. »Wir klären das ganze Verbrechen auf. Wir finden die ganze Person. Rufen Sie heute an und Ihr Problem wird ganz gelöst. Unsere Spezialität? Entlaufene Katzen und verwickelte Scheidungen. 33A, Packender Street, London N1 01-3549112.« Die Packender Street war nur wenige Minuten zu Fuß entfernt. Richard schrieb sich die Adresse auf, zog seinen Mantel an und trabte die Treppe runter, wobei er kurz stehen blieb, um noch mal rasch das Sofa zu inspizieren. »Es müsse«, dachte er, »etwas schrecklich naheliegendes sein, das er einfach drüber sah.« Das Sofa saß in einer leichten Windung des langen, schmalen Treppenhauses fest. An dieser Stelle befand sich statt der Stufen ein Treppenabsatz von ein paar Metern Länge, der in seiner Position mit dem Absatz direkt unter Richards Wohnung übereinstimmte. Doch seine Untersuchung brachte keine neuen Erkenntnisse, und er kletterte schließlich über das Sofa weg und trat aus der Haustür. In Islington kann man kaum mit einem Backstein schmeißen, ohne drei Antiquitätenläden, einen Grundstücksmakler und ein Buchgeschäft zu treffen. Auch wenn man sie nicht wirklich trifft, löst man sicher ihre Alarmanlagen aus, die nicht vor Ablauf des Wochenendes wieder abgestellt würden. Ein Polizeiwagen trieb sein übliches Scooterspielchen die Upper Street hinab und kam quietschend gleich neben ihm zum Stehen. Richard überquerte hinter dem Wagen die Straße. Der Tag war kalt und hell. Was ihm gefiel? Er spazierte über das obere Ende von Islington Green, wo die Wermutbrüder immer krankenhausreif geschlagen werden, vorbei am Grundstück der alten Collins Music Hall, die niedergebrannt worden war, und durch die Campton Passage, wo regelmäßig amerikanische Touristen beraubt werden. Er schlenderte eine Weile zwischen den Antiquitätenläden herum und sah sich ein paar Ohrringe an, von denen er meinte, Susan könnten sie gefallen. Er war sich aber nicht sicher. Dann war er sich nicht sicher, ob sie ihm gefielen, kam völlig durcheinander und gab's auf. Er schaute bei einem Buchladen hinein und kaufte einem plötzlichen Impuls folgend eine Anthologie der Gedichte Coleridge's, weil sie einfach so da lag. Von hier aus schlängelte er sich durch die gewundenen Seitenstraßen, kam über den Kanal an den Häusern des sozialen Wohnungsbaus vorbei, die den Kanal säumten, und über eine Reihe immer kleinerer Plätze, bis er schließlich die Packender Street erreichte, die, wie sich herausstellte, eine ganze Ecke weiter weg war, als er gedacht hatte. Es war so eine Straße, in der am Wochenende sabbernd Bauspekulanten in großen Jaguars herumkurven. Sie war mit Läden, deren Pacht auslief, viktorianischer Industriearchitektur und einer kurzen verfallenden spätgeorgianischen Häusereihe angefüllt, die es allesamt kaum erwarten konnten, abgerissen zu werden, damit an ihrer Stelle massive neue Betonkästen in die hungrigen Rudeln und beäugten sich argwöhnisch ihre Schreibblocks im Anschlag. Die Nummer 33, die er schließlich säuberlich zwischen die Nummern 37 und 45 eingeklemmt fand, war in einem erbärmlichen Erhaltungszustand, aber nicht schlechter als das meiste übrige. Das Erdgeschoss wurde von einem verstaubten Reisebüro eingenommen, dessen Fenster eingeschlagen waren und dessen ausgeblichene Boag-Plakate inzwischen möglicherweise einen ziemlichen Wert darstellten. Die Tür neben dem Laden war leuchtend rot gestrichen, nicht schön, aber wenigstens kürzlich. An einem Klingelknopf neben der Tür stand in sauber geschriebenen Druckbuchstaben »Dominique«, Französischstunden, Troisième Etage. Das Auffallendste an der Tür aber war das gewagte, genau in ihrer Mitte befestigte glänzende Messingschild, in das die Worte »Dirk Gentlys holistische Dedektei« graviert waren. Sonst nichts. Es sah nagelneu aus. Sogar die Schrauben, die es hielten, glänzten noch. Die Tür öffnete sich, als Richard dagegen drückte, und er spähte hinein. Er erblickte einen kurzen, staubigen Flur, der wenig mehr als die Treppe enthielt, die von hier nach oben führte. Eine Tür im Hintergrund des Hausfluss zeigte kaum ein Zeichen, in den vergangenen Jahren mal geöffnet worden zu sein, denn es lagen Haufen alter Metallregale, ein Aquarium und die Trümmer eines Fahrrads davor aufgestapelt. Alles andere, die Wände, der Fußboden, die Treppe selbst und was von der Hintertür erreichbar war, hatte man mal grau angestrichen, um es billig ein wenig herauszuputzen. Aber inzwischen war alles furchtbar abgenutzt, und kleine Pilzkappen sprossen aus einem feuchten Fleck nahe der Decke. Der Lärm sich zankender Stimmen drang zu ihm, und als er langsam die Treppe hochging, konnte er den Krach von zwei völlig getrennten, aber hitzigen Streitigkeiten unterscheiden, die irgendwo über ihm im Gange waren. Die eine endete abrupt, oder zumindest die Hälfte davon, als ein wütender, fetter Mann polternd die Treppe herunterkam, während er sich den Kragen seines Regenmantels gerade zog. Die andere Hälfte des Streits setzte sich in einem Sturzbach aus gekränktem Französisch hoch über ihnen fort. Der Mann schob sich an Richard vorbei, sagte, »Spar dir dein Geld, Kumpel, es ne totale Niete« und verschwand nach draußen in den kühlen Morgen. Der andere Streit klang gedämpfter. Als Richard den ersten Flur erreichte, knallte irgendwo eine Tür zu und setzte auch diesem Streit ein Ende. Er guckte durch die nächste offene Tür. Sie führte in ein kleines Vorzimmer. Die andere, innere Tür, die davon abging, war fest geschlossen. Ein ziemlich junges Mädchen mit pummeligem Gesicht in einem billigen blauen Mantel zog Make-up-Utensilien und Kleenex-Kartons aus ihrer Schreibtischschublade und warf sie in ihre Handtasche. »Ist das hier das Detektivbüro?« fragte Richard sie vorsichtig. Das Mädchen nickte, wobei sie an ihren Lippen nagte und den Kopf gesenkt hielt. »Und ist Mr. Gently da?« »Vielleicht«, sagte sie und warf ihr Haar in den Nacken, das zu lockig war, um es richtig in den Nacken zu werfen. »Aber vielleicht auch nicht. Ich bin nicht in der Position, es Ihnen zu sagen. Es ist nicht mein Bier zu wissen, wo er sich auffällt. Wo er sich auffällt, das ist ab sofort allein seine Angelegenheit.« Sie fischte ihr letztes Fläschchen Nagellack hervor und versuchte, die Schublade zuzuschmeißen. Ein dickes Buch, das aufrecht in der Schublade stand, verhinderte, dass sie zuging. Sie versuchte noch mal, die Schublade zuzuwerfen, ohne Erfolg. Sie nahm das Buch, riss ein Bündel Seiten heraus und stellte es zurück. Diesmal gelang es ihr mit Leichtigkeit, die Schublade zuzuknallen. »Sind Sie seine Sekretärin?« fragte Richard. »Ich bin seine ehemalige Sekretärin, und das möchte ich auch bleiben,« sagte sie und klappte ihre Tasche entschlossen zu. »Wenn er sein Geld lieber für dusselige, teure Messingschilder ausgeben möchte, anstatt mich zu bezahlen, dann soll er das. Aber ich bleib nicht, um mir das gefallen zu lassen. Vielen herzlichen Dank. Gut fürs Geschäft? So ein Quatsch! Das Telefon richtig zu bedienen, ist gut fürs Geschäft, und ich möchte mal sehen, wie sein tolles Messingschild das anstellt. Wenn Sie mich bitte entschuldigen, würde ich jetzt gerne hinausstürmen.« Richard trat zur Seite, und sie stürmte hinaus. »Viel Glück auf den Weg!« rief eine Stimme von drinnen aus dem Büro. Ein Telefon klingelte und wurde sofort abgenommen. »Ja?« antwortete die Stimme drinnen in dem Büro gereizt. Das Mädchen kam wegen ihres Schals zurückgehuscht, aber leise, damit ihr Ex-Chef sie nicht hörte. Dann war sie endgültig weg. »Ja, Dirk Gently's holistische die Dektei. Wie können wir ihnen behilftig sein?« Der Französe Sturzbach von oben war versiegt. Eine Art gespannter Ruhe senkte sich herab. Drinnen sagte die Stimme. »Das stimmt, Mrs. Sunderland. Verwickelte Scheidungen sind unsere Spezialität.« Eine Pause trat ein. »Ja, danke schön, Mrs. Sunderland. So verwickelt nun auch wieder nicht.« Das Telefon wurde aufgelegt, um sogleich vom Klingeln eines anderen abgelöst zu werden. Richard blickte sich in dem grässlichen kleinen Büro um. Es stand sehr wenig darin. Ein zerschrammter Schreibtisch aus furnierten Spanplatten, ein alter grauer Aktenschrank und ein dunkelgrüner Papierkorb aus Blech. An der Wand hing ein Duran-Duran-Poster, auf das jemand mit dickem roten Filzstift »Nehmen Sie das ab« gekritzelt hatte. Darunter war mit anderer Schrift gekritzelt »Nein«. Darunter war wieder mit der ersten Schrift geschrieben »Ich gestehe darauf, dass Sie das abnehmen«. Darunter war mit der zweiten Schrift geschrieben »Mach ich nicht«. Darunter »Sie sind entlassen«. Darunter »Prima«. Und dabei schien es geblieben zu sein. Er klopfte an die zweite Tür, erhielt aber keine Antwort. Stattdessen fuhr die Stimme fort. »Ich bin sehr froh, dass Sie mich das fragen, Mrs. Rawlinson. Der Begriff holistisch bezieht sich auf meine Überzeugung, dass wir es bei allem, worum es hier geht, mit der grundsätzlichen Verflechtung aller Dinge untereinander zu tun haben. Ich gebe mich nicht mit solchen Kleinigkeiten wie Fingerabdruck, Puder, Klatsch, Taschenwollmäusen und albernen Fußspuren ab. Für mich ist die Lösung für jedes Problem im Muster und Gewebe des Ganzen ablesbar. Die Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung sind oft sehr viel feiner und komplizierter, als wir mit unserem groben Verständnis der Naturgesetze instinktiv annehmen, Mrs. Rawlinson. »Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wenn Sie mit Zahnschmerzen zu einem Akupunktur gehen, sticht er Ihnen die Nadel in den Oberschenkel. Wissen Sie, warum er das tut, Mrs. Rawlinson?« »Nein, ich weiß es auch nicht, Mrs. Rawlinson, aber das werden wir schon rauskriegen. Ein Vergnügen, mit Ihnen gesprochen zu haben, Mrs. Rawlinson. Auf Wiedersehen.« Ein anderes Telefon klingelte, als er dieses auflegte. Richard stieß die Tür auf und guckte hinein. Es war genau derselbes Flatt oder Dirk Jelly. Ein bisschen runder um die Taille, ein bisschen schlaffer und röter um die Augen und den Hals, aber es war im Grunde noch immer dasselbe Gesicht, an dessen grimmiges Lächeln er sich sehr lebhaft erinnerte, als dessen Besitzer vor acht Jahren hinten in eine der grünen Minners der Gendarmerie von Cambridgesher gestiegen war. Er trug einen schweren, alten, hellbraunen Anzug, der aussah, als sei er in einer fernen und besseren Vergangenheit ausgiebig zu Ausflügen in die Brombeeren getragen worden, ein rot kariertes Hemd, dem es total misslang, zu dem Anzug zu passen, und eine grüngestreifte Krawatte, die sich weigerte, mit beiden zu sympathisieren. Er trug auch eine dicke Brille mit Metallgestell, die möglicherweise wenigstens zum Teil seinen Kleidergeschmack erklärte. »Ah, Mrs. Bluthall, wie höchst erbaulich von Ihnen zu hören«, sagte er gerade. »Ich war so betrübt, als ich hörte, dass Miss Tiddles nicht mehr unter uns ist. Das ist wirklich eine schreckliche Nachricht. Und doch, und doch, sollten wir es denn der düsteren Verzweiflung gestatten, vor uns den helleren Glanz des Lichtes zu verbergen, in dem Ihre gebenedeite Katze nun für immer weilt? Ich denke, nein. Hören Sie! Ich meine eben jetzt Miss Tiddles Miauen zu hören. Sie ruft nach Ihnen, Mrs. Bluthall. Sie sagt, sie ist wunschlos glücklich, sie ruht in Frieden. Sie sagt, sie wird noch friedlicher ruhen, wenn Sie die eine oder andere Rechnung bezahlt haben. Erinnert Sie das nicht an etwas, Mrs. Bluthall? Wenn ich recht überlege, meine ich, ich selber hätte Ihnen eine vor drei Monaten geschickt. Ich frage mich, ob es wohl die ist, die Miss Tiddles ewige Ruhe stört. Dirk winkte Richard mit einer forschen Bewegung herein und gab ihm durch Zeichen zu verstehen, er solle ihm das zerknüllte Päckchen französische Zigaretten reichen, das eben außerhalb seiner Reichweite lag. »Sonntagabend also, Mrs. Bluthall, Sonntagabend um halb neun. Die Adresse kennen Sie?« »Ja, ich bin sicher. Miss Tiddles wird erscheinen, wie ganz sicher auch Ihr Scheckbuch.« »Bis dann, Mrs. Bluthall, bis dann.« Ein anderes Telefon klingelte bereits wieder, als er Mrs. Bluthall los wurde. Er griff danach und zündete sich gleichzeitig seine verkrumpelte Zigarette an. »Ah, Mrs. Sorskind«, gab er der Anruferin zur Antwort. »Meine älteste und, wenn ich das so sagen darf, wertvollste Klientin. Ihnen einen guten Tag, Mrs. Sorskind. Guten Tag. Leider bislang noch kein Lebenszeichen vom kleinen Roderick. Es tut mir leid, aber die Suche wird noch verstärkt, sobald sie sich ihrem, wie ich überzeugt bin, Endstadium nähert. Und ich bin zuversichtlich, dass in nur wenigen Tagen von heute angerechnet wir den kleinen Schlingel anmutig Miauen für immer in Ihre Arme zurückgeben werden. Ah ja, die Rechnung. Ich überlegte gerade, ob Sie die wohl erhalten haben.« Dirks zerknüllte Zigarette. Er wies sich als zu zerknüllt zum Rauchen. Deshalb klemmte er sich das Telefon auf die Schulter und fingerte in dem Päckchen nach einer anderen. Aber es war leer. Er kramte auf dem Schreibtisch nach einem Stück Papier und einem Bleistiftstummel und schrieb etwas auf, was er Richard rüberschob. »Ja, Mrs. Sorskind«, versicherte er dem Telefon. »Ich höre Ihnen mit äußerster Aufmerksamkeit zu.« Auf dem Zettel stand »Sagsekretärin soll Zig holen.« »Ja«, redete Dirk weiter in das Telefon. »Aber wie ich Ihnen über die sieben Jahre unserer Bekanntschaft zu erklären mich bemüht habe, Mrs. Sorskind, neige ich in dieser Sache zur Quantenmechanik. Meine Theorie ist, dass Ihre Katze sich nicht verlaufen hat, sondern dass ihre Wellenform vorübergehend zusammengebrochen ist und wiederhergestellt werden muss. Schrödinger, Plank und so weiter.« Richard schrieb auf den Zettel »Du hast keine Sekretärin« und schob ihn zurück. Dirk besah sich ihn eine Weile, schrieb, verflucht und zugenäht auf das Papier und schob es wieder zu Richard hinüber. »Da stimme ich Ihnen zu, Mrs. Sorskind«, fuhr Dirk fröhlich fort. »Das neunzehn Jahre ein, sagen wir mal, bemerkenswertes Alter für eine Katze ist. Doch dürfen wir uns die Freiheit nehmen, zu glauben, dass ein Kater wie Roderick es nicht erreicht hat? Und sollten wir ihn nun im Herbst seiner Jahre seinem Schicksal überlassen? Dies ist jetzt sicherlich die Zeit, in der er den Trost unserer nie ermüdenden Nachforschungen am nötigsten braucht. Dies ist die Zeit, da wir unsere Anstrengung verdoppeln sollten, und mit Ihrer Erlaubnis, Mrs. Sorskind, werde ich genau das tun. Stellen Sie sich vor, Mrs. Sorskind, wie Sie ihm vor die Augen treten sollten, wenn Sie ihm nicht diesen schlichten Dienst erwiesen hätten.« Richard spielte mit dem Zettel herum, zuckte innerlich die Schultern, schrieb »Ich gehe welche holen drauf« und schob ihn noch einmal zurück. Dirk schüttelte mahnend den Kopf. Dann schrieb er hin, »Kann ich unmöglich verlangen, wäre sehr nett.« Sobald Richard das gelesen hatte, zog Dirk den Zettel zurück und setzte hinzu, »Lass dir von Sekretären Geld geben.« Richard blickte gedankenverloren auf das Papier, nahm den Bleistift und machte ein Häkchen an die Stelle, wo er vorher »Du hast keine Sekretärin« hingeschrieben hatte. Er schob den Zettel über den Tisch wieder zu Dirk rüber, der kaum einen Blick drauf warf und nur ein Häkchen an den Satz machte, »Kann ich unmöglich verlangen, wäre sehr nett.« »Nun ja, vielleicht«, wandte sich Dirk wieder Mrs. Sorskin zu, »könnten Sie einfach mal die Posten der Rechnung durchgehen, die Ihnen Schwierigkeiten bereiten, nur die wesentlichen Posten.« Richard ging hinaus. Als er die Treppe hinunterlief, kam er an einem hoffnungsvollen jungen Menschen mit einer Jeansjacke und kurzgeschnittenen Haaren vorbei, der ängstlich das Treppenhaus hinaufspähte. »Gut, Kumpel?« fragte er Richard. »Toll«, murmelte Richard, »einfach toll.« Er fand einen Zeitungsladen in der Nähe und kaufte zwei Päckchen Disque Bleu für Dirk und die neueste Nummer der Personal Computer World, die ein Foto von Gordon Way auf der Titelseite hatte. »Schade um ihn nicht«, sagte der Zeitungshändler. »Wie? Oh, äh, ja«, sagte Richard. Er hatte selber oft den gleichen Gedanken, aber er war erstaunt, mit seinen Gefühlen auf ein so breites Echo zu stoßen. Er nahm noch einen Guardian mit, zahlte und ging. Dirk war noch immer am Telefon, die Füße auf dem Tisch, als Richard zurückkam, und man sah deutlich, dass ihn seine Verhandlungen ermüdeten. »Ja, die Kosten waren, nun ja, kostspielig auf den Bahamas, Mrs. Sorskin, das liegt in der Natur von Kosten, dass sie das sind. Deswegen heißen sie ja so.« Er nahm die Zigarettenpäckchen entgegen, schien enttäuscht, dass es nur zwei waren, hob aber kurz die Augenbrauen zu Richard, um ihm für den Gefallen zu danken, dann winkte er ihn zu einem Stuhl hinüber. Die Geräusche eines teilweise auf Französisch geführten Streits drangen aus dem darüber gelegenen Stockwerk zu ihnen herunter. »Natürlich werde ich Ihnen noch mal erklären, warum die Reise zu den Bahamas so überaus wichtig war,« sagte Dirk Gently besänftigend. »Nichts könnte mir größere Freude machen. Ich glaube, wie Sie wissen, Mrs. Sorskin, an die grundsätzliche Verflechtung aller Dinge untereinander. Dann habe ich die Vektoren der Verflechtung aller Dinge untereinander ermittelt und trianguliert und bis zu einem Strand auf den Bahamas verfolgt, den ich deshalb im Laufe meiner Ermittlungen von Zeit zu Zeit aufsuchen muss. Ich wünschte, es wäre nicht so, denn leider bin ich sowohl gegen Sonne als auch gegen Rumpunsch allergisch, aber wir haben ja alle unser Kreuz zu tragen, nicht wahr, Mrs. Sorskin?« Aus dem Telefon schien ein Plätschern zu dringen. »Sie stimmen mich traurig, Mrs. Sorskin!« »Ich wollte, ich brächte es übers Herz Ihnen zu sagen, dass ich Ihre Skepsis dankbar und aufmunternd finde, aber das kann ich beim besten Willen auf der Welt nicht.« »Sie ermüdet mich, Mrs. Sorskin, erschöpft mich. Ich glaube, Sie finden darüber einen Posten auf der Rechnung.« »Warten Sie mal!« Er griff zu einem flauen Durchschlag, der neben ihm lag. »Vektoren der Verflechtung aller Dinge untereinander ermitteln und triangulieren.« »150 Pfund.« »Darüber haben wir gesprochen.« »Verfolgung derselben bis Strand auf Bahamasreise und Unterbringung schlappe 1500.« »Die Unterbringung war natürlich von bedrückender Bescheidenheit.« »Ah, ja, hier haben wir es.« »Weiterkämpfen trotz ermüdender Skepsis von Seitenklienten.« »Drinks 327 Pfund 50.« »Ich wollte, ich müsste derartige Forderungen nicht stellen, Mrs. Sorskin.« »Ich wünschte, die Veranlassung dazu ergebe sich nicht in einem fort.« »Nicht an meine Methoden zu glauben, macht mir die Arbeit nur schwerer, Mrs. Sorskin, und somit bedauerlicherweise auch teurer.« Oben wurde im Augenblick der Streitlärm hitziger. Die französische Stimme schien kurz vor einem hysterischen Anfall zu sein. »Ich stimme Ihnen zu, Mrs. Sorskin«, fuhr Dirk fort, »dass die Kosten der Nachforschungen sich ein wenig von der ursprünglichen Schätzung entfernt haben, aber ich bin sicher, dass Sie ihrerseits mir zustimmen werden, dass eine Arbeit, die sieben Jahre braucht, selbstverständlich schwieriger sein muss als eine, die an einem Nachmittag zu schaffen ist und demzufolge auch höher berechnet werden muss. Ich muss meine Einschätzung über die Schwierigkeit der Aufgabe ständig revidieren, angesichts dessen, als wie schwierig sie sich bisher erwiesen hat.« Das Plätschern aus dem Telefon wurde hektischer. »Meine liebe Mrs. Sorskin«, oder darf ich Joyce zu Ihnen sagen? »Na gut, meine liebe Mrs. Sorskin, lassen Sie mich Ihnen Folgendes sagen. Machen Sie sich wegen der Rechnung keine Sorgen. Lassen Sie sich von ihr nicht beunruhigen oder aus der Fassung bringen. Lassen Sie sie nicht, ich bitte Sie, zu einem Quell der Angst für Sie werden. Beißen Sie einfach die Zähne zusammen und bezahlen Sie sie.« Er nahm die Füße vom Tisch und beugte sich nach vorn über den Schreibtisch, während er den Hörer unerbittlich Zentimeter für Zentimeter zurück in Richtung Gabel bewegte. »Wie stets das allergrößte Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen, Mrs. Sorskin. Für jetzt auf Wiedersehen!« Endlich legte er den Hörer auf, nahm ihn noch mal hoch und warf ihn in den Papierkorb. »Mein lieber Richard Macduff«, sagte er, zog einen großen, flachen Karton unter seinem Schreibtisch hervor und schob ihn über den Tisch zu Richard hinüber. »Deine Pizza!« Richard fuhr erstaunt zurück. »Äh, nein, danke«, sagte er. »Ich hab schon frühstückt. Bitte, nimm du sie.« Glück zuckte die Achseln. »Ich habe Ihnen gesagt, du kommst nach dem Wochenende vorbei und bezahlst,« sagte er. »Willkommen übrigens in meinem Büro.« Er deutete mit einer wagen Kreisbewegung auf das schmuddelige Drumherum. »Das Licht funktioniert,« sagte er und zeigte auf die Fenster. »Die Schwerkraft funktioniert,« sagte er und ließ einen Bleistift zu Boden fallen. »Auf alles andere müssen wir's ankommen lassen.« Richard räusperte sich. »Was«, sagte er, »ist das hier?« »Das ist was?« »Das hier«, rief Richard. »Das Ganze. Du hast scheinbar eine holistische Detektei und ich weiß nicht mal, was das ist.« »Ich biete einen Service, der einzigartig auf der Welt ist,« sagte Dirk. »Der Begriff holistisch bezieht sich auf meine Überzeugung, dass wir es bei allem, worum es hier geht, mit der grundsätzlichen Verflechtung aller, ja, das habe ich schon gehört,« sagte Richard. »Ich muss sagen, es klang ein bisschen nach einem Vorwand, leicht gläubige alte Damen auszunehmen.« »Auszunehmen?« fragte Dirk. »Na ja, so wäre es vielleicht, wenn ich irgendwann mal bezahlt würde, aber ich versichere dir, mein lieber Richard, dazu besteht offensichtlich auch nicht die geringste Gefahr.« »Ich lebe in einem Zustand, den man als hoffnungsvoll bezeichnet.« »Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich hoffe auf faszinierende, einträgliche Fälle. Meine Sekretärin hofft, dass ich sie bezahle. Ihr Vermieter hofft, dass sie mit der Miete rüberkommt. Das Elektrizitätsverkauf, dass er die Stromrechnung begleicht und so weiter. Ich halte das für eine herrlich optimistische Art zu leben.« In der Zwischenzeit schenke ich vielen bezaubernden und verrückten alten Damen etwas, worüber sie sich zum Glück aufregen und garantiere damit ihren Katzen praktisch die Freiheit. »Habe ich,« frage ich dich, »und ich stelle die Frage für dich, weil ich weiß, dass du weißt, ich hasse es, unterbrochen zu werden, »habe ich einen einzigen Fall, der auch nur das winzigste Teilchen meines Intellekts beschäftigt, der, wie du mir kaum zu erklären brauchst, erstaunlich ist?« »Nein.« »Aber verzweifle ich deswegen? Bin ich niedergeschlagen?« »Ja.« »Bis«, setzte er hinzu, »heute.« »Oh, schön, das freut mich«, sagte Richard. Aber was sollte der Quatsch über Katzen- und Quantenmechanik?« Seufzend klappte Dirk mit einem einzigen Ruck seiner geübten Finger den Deckel der Pizza auf. Geradezu traurig betrachtete er das kalte, runde Ding. Dann riss er sich ein großes Stück davon ab. Peperoni und Anschoves Stückchen verteilten sich über seinen Schreibtisch. »Ich bin sicher, Richard«, sagte er, »dir ist der Begriff Schrödingers Katze bekannt«, und stopfte sich den größeren Teil des Pizzastücks in den Mund. »Natürlich«, sagte Richard. »Naja, ziemlich bekannt.« »Worum gilt's?« sagte Dirk mit vollem Mund. Richard rutschte nervös auf seinem Platz herum. »Sie ist ein Beispiel«, sagte er, »für das Prinzip, dass auf einem Quantenniveau alle Vorgänge von Wahrscheinlichkeiten bestimmt sind.« »Auf einem Quantenniveau und darum auf allen«, unterbrach Dirk. »Allerdings ist auf jedem Niveau, das höher als das subatomare ist, die Gesamtwirkung dieser Wahrscheinlichkeiten im Normalverlauf der Vorgänge ununterscheidbar von der Wirkung unumstößlicher und fester physikalischer Gesetze. »Fahre fort«. Er steckte sich noch mehr kalte Pizza ins Gesicht. Richard dachte, in Dirks Gesicht sei wirklich schon allzu viel hineingesteckt worden. Teils dadurch, teils durch die Mengen, die er redete, herrschte fast Dauerbetrieb in seinem Mund. Seine Ohren dagegen blieben bei einer normalen Unterhaltung fast völlig unbenutzt. Richard kam der Gedanke, wenn Lamarck recht hätte, und man nähme in Dirks Verhalten über mehrere Generationen ein durchgehendes Prinzip an, dann bestünde die Aussicht, dass schließlich eine radikale Umorganisation im Innern des menschlichen Schädels einträte. Richard fuhr fort. »Nicht nur sind die Vorgänge auf einem Quantenniveau durch Wahrscheinlichkeiten bestimmt, sondern diese Wahrscheinlichkeiten lösen sich auch so lange nicht in Vorgänge auf, bis sie gemessen werden. Oder um eine Formulierung zu benutzen, die ich Dich eben in einem ziemlich bizarren Zusammenhang verwenden hörte, »Der Akt des Messens bringt die Wahrscheinlichkeitswellenform zum Zusammenbrechen. Bis zu diesem Punkt bestehen alle möglichen Handlungsweisen, die einem, sagen wir mal, Elektron offen stehen als Wahrscheinlichkeitswellenform gleichzeitig nebeneinander. Nichts ist entschieden, bis es gemessen wird.« Dirk nickte. »Mehr oder weniger«, sagte er und nahm noch einen Happen. »Aber was ist mit der Katze?« »Aber was ist mit der Katze?« »Aber was ist mit der Katze?« »Das war es mit der Katze?« »Aber was ist mit der Katze?«